Hi Leute, die Pokémon Presents fand am 27.02.2023 statt. Es gab natürlich einige Änderungen in vielen Bereichen von Pokémon, aber das für mich interessanteste war auf jeden Fall die Ankündigung eines zweiteiligen DLCs für Pokémon Kamesin und Pokémon Pupu und die Verkündung der neuen Rates von Suikun und von Viridio. Kurz nach der Pokémon Presents sind zwei Terra am Trialife gegangen. Und zwar einmal Windemuge, also eine Urform von Suikun, und einmal Eisenblatt. Das ist die Zukunftsform von Viridium. Die beiden Terra-Anteile sind auch gar nicht so schwer. Die haben beide fünf Sterne und die bekommen man auch relativ gut hin. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Nein, es geht um eine kleine Theorie, die ich aufgestellt habe, die mir aufgefallen ist, während ich mir die beiden Pokémon angeschaut habe. Aber bevor ich euch meine Theorie einmal vorstelle, hätte ich ganz gerne mal eure Meinung. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geil findet ihr aktuell mein Ohrendach? Also, ich habe es in letzter Zeit einfach nicht geschafft, mal zum Friseur zu gehen. Deswegen, ja, schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie geil ihr dieses Ohrendach findet. Und zwar, wenn wir uns jetzt einmal Windewoge anschauen, da sehen wir ganz deutlich, das sieht halt aus wie ein Veliziraptor, also ein Dinosaurier. Aber wer in der Schule bei Pokémon Kamesin und Pupu aufgepasst hat, der hat wahrscheinlich auch andere Bilder gesehen. Und zwar das hier. Diese Urform von Suikun sieht eindeutig anders aus als Windewoge, das Pokémon, was wir jetzt aktuell haben. Dazu sei gesagt, Leute, dass da natürlich auch wieder eine Notiz dazu steht. Da steht nur drin, dass der Forscher da Skizzen gemacht hat, wie er sich so ein Pokémon vorstellt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Pokémon und Game Freak so eine Zeichnung mit rein ins Spiel bringen, wenn es nicht mehr damit auf sich hat. Also ist es Zufall, dass Windewoge so anders aussieht, als die Skizze von der Urform von Suikun. I doubt it. Aber ich baue meine These auf jeden Fall noch weiter aus. Und zwar kennt ihr ja bestimmt die drei legendären Pokémon Sekrom, Rechiram und Kyurem. Diese drei Pokémon konnte man damals mittels DNS-Keil miteinander fusionieren und so neue Pokémon bekommen. So hat man zum Beispiel ein weißes Kyurem oder auch ein schwarzes Kyurem erhalten. Was wäre, wenn wir so ein Feature wiederbekommen, in Pokémon Kamesin und Purpur. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal noch mal genau das Bild der Urform von Suikun an. Auf dem Bild sehen wir auf jeden Fall, dass das Suikun, was gezeichnet ist in der Skizze, auf jeden Fall komplett anders aussieht als Windewoge. Und hier seht ihr jetzt einmal das Bild, was ich gezeichnet habe mit meinen krassen Paint-Skills. Auf jeden Fall, finde ich, erkennt man auf dem Bild alle drei legendären Katzen-Pokémon. Und zwar Suikun, Entei und Raikou. Eingezeichnet als blau ist natürlich Suikun, rot ist Entei und gelb ist hier Raikou. Wie geil wäre es, Leute, wenn der Suikun Windewoge-Raid erst der erste von drei Terra-Abenteuern ist. Also dass Game Freak sich quasi was Spezielles für uns Fans ausgedacht hat, dass die Leute belohnt werden, die die Terra-Abenteuer regelmäßig mitmachen. Meiner Vermutung nach haben wir jetzt den ersten Part von dreien für das Ur-Pokémon Suikun. Also sollte eigentlich in den nächsten Monaten noch ein Raikou-Raid kommen in der Urform und ein Entei-Raid in der Urform. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube nämlich, dass wir diese drei Ur-Pokémon bekommen werden und dann in einem der folgenden DLCs einen Fusionsgegenstand bekommen, womit wir dann alle drei Pokémon zu einem verschmelzen können. Also ich persönlich würde es extrem feiern, wenn wir die drei legendären Katzen... Und ja, Leute, es sind Katzen-Pokémon. Wenn wir die drei legendären Katzen bekommen im Spiel in ihrer Ursprungsform und dann gemeinsam zu so einem mächtigen Suikun-Entei-Raikou-Mix fusionieren können, würde ich als Pokémon-Fan mich extrem drüber freuen und hoffe einfach, dass da meine These stimmt und dass das so, ja, passieren wird. Und Leute, was wäre das denn für ein unfassbarer Big-Brain-Move von Gamefreak, wenn die diese drei legendären Katzen-Pokémon ins Spiel bringen und du musst dir quasi die DLCs kaufen, um dann den Fusionsgegenstand zu bekommen. Also mich hätten sie damit auf jeden Fall und ich bin mal gespannt, ob Gamefreak da in diese Richtung gedacht hat, wie ich es gerade vermute. Das Einzige, was ein bisschen gegen meine Theorie spricht, ist das aktuelle Viridium und zwar Eisenblatt. Wenn wir uns hier mal das Bild angucken von der Zeichnung von Viridium, da sehen wir ganz klar auch alle drei legendären Pokémon von Viridium. Also Viridium, Cobalium und auch Terrakium. Was jetzt natürlich ein bisschen gegen meine Theorie spricht, ist, dass wir Eisenblatt schon bekommen haben per Terra-Armteuer, das aber die Zukunftsform ist und die Form von Viridium, die wir uns jetzt gerade mal anschauen, sieht halt eher aus wie eine Urform, eine Vergangenheitsform des Pokémons. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen in Straucheln bringt, aber gerade bei Surikun hoffe ich auf jeden Fall auf dieses Sonder-Pokémon, dieses Spezial-Pokémon, was wir im Laufe der Zeit erst freischalten. Weil ich finde es ziemlich genial, dass die Leute belohnt werden, die die Terra-Armteuer mitmachen, die Pokémon farmen, sich mit anderen Leuten zusammensetzen, gemeinsam spielen und dann am Ende belohnt werden mit dem DLC, mit einem Gegenstand, dass man quasi Zugriff auf dieses wunderschöne Pokémon hat. Aber Leute, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von meiner These? Also haltet ihr es für realistisch, dass es so oder ungefähr so in die Realität umgesetzt wird? Oder sagt ihr, du Brudi ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, das ist eher Zufall? Ich persönlich glaube ja nicht an Zufälle, aber ja, da seid ihr jetzt gefragt, Leute, gebt mir auf jeden Fall euer Feedback, würde mich interessieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bubu. Wir sehen uns beim nächsten Mal.